Nachdem wir bei der Unternehmensphilosophie Aquatuning jetzt so das Ganze schon grob skizziert haben, geht es nun in den Detail und der Frage der Prinzipien der individuellen Arbeitsweise. Was macht eine Person eigentlich selber, wenn sie unbeobachtet ist und für sich einfach eine Aufgabe übernommen hat und daran arbeitet? Wir wollen ständig besser werden. Das ist wichtig. Der Fokus ist nicht, ich mache jetzt eine Arbeit die nächsten 10 Jahre lang, ich bin so ein Lemming, so ein Roboter, sondern wenn du die Arbeit machst, dann fragst du dich irgendwann nach ein paar Tagen oder Wochen, okay, wie kann ich das optimieren? Kann ich irgendeine Standardvorlage machen? Kann ich Autoresponder machen? Was kann ich tun? Kann ich irgendeine Ex-Tabellen mir anlegen? Kann ich Shortcuts anlegen? Du fängst an, dich ständig zu verbessern. Wir haben Lust auf Leistung. In vielen Unternehmen ist das eine Katastrophe. Die Leute starten motiviert und irgendwann wird das komplett abgetötet. Ich sage, stell dir mal ein Unternehmen vor, wo die Motivation eines neuen Mitarbeiters mit seinem Bock auf Leistung fünf Jahre später immer noch da ist. Und nicht nur bei ihm, sondern bei allen. Ein Paradies. Willkommen bei Aquatuning. Es ist möglich, Lust auf Leistung über einen langen Zeitraum zu kultivieren, wenn die entsprechenden Parameter passen. Wir organisieren uns selbstständig. Auch hier, der Galerientreiber hat ausgedient. Ich sage, Leute, das ist euer Büro, das ist euer Arbeitsplatz, das ist euer Prozess hier. Natürlich bin ich der Prozessoptimierer hier, aber warum bist du nicht der bessere Prozessoptimierer? Du steckst doch drin. Ihr könnt euch kontinuierlich optimieren und gerade in der Abteilung, die wir letztes Jahr jetzt mit dem Support zum Beispiel komplett neu aufgebaut haben, ist das die Maxime. Fangt an, kontinuierlich an allem zu arbeiten, was möglich ist. Wir sind kreativ und probieren neue Wege aus. Es ist so frustrierend, in einer Firma zu arbeiten, wo es heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Ich bin im Gewerbungsgespräch und dieser Frust kommt raus. Wow, ich bin neu dort, erstes Jahr, zweites Jahr, ich habe jetzt alles verstanden. Da sage ich, boah, hier können wir was machen, hier können wir was ändern, hier können wir, Chef, wie sieht es aus? Das haben wir schon immer so gemacht. Es tötet alles ab. Es beschränkt einen kreativen, lebendigen Mitarbeiter auf Lemming-Dienst nach Vorschrift. Okay. Es stirbt die ganze Lust an der Arbeit ab und dann sagt es, ja, wo ist denn deine Lust auf Leistung? Bäh. Es hängt alles miteinander zusammen. Ah. Wir sind kreativ und probieren neue Wege aus. Beinhaltet ja auch, dass man scheitern darf. Und genau dann greifen wir die anderen Prinzipien. Leute, ich habe hier was Neues ausprobiert, das hat nicht funktioniert, damit ihr alle Bescheid wisst, dieser Weg war nicht so gut, lernt aus meinem Fehler und jetzt machen wir weiter. Attacke. Wir halten Ordnung und Sauberkeit. Als ich noch diese ganzen Ziel-Mitarbeiter hatte, boah, wie das hier aussah. Ich denke, ich habe das einfach nicht verstanden, warum muss ein Büro so aussehen? Warum dieses Chaos? Warum dieser Müll überall? Ich schnalle das nicht. Und ich habe schon genug Kraft, mein eigenes Ding sauber zu halten. Ich kann nicht von 20, 40, wie viel auch immer, auch noch ihre Plätze sauber halten. Wie geht denn das? Und wenn wir heute, wenn du jetzt mal hier zu Besuch kommst, du siehst hier, clean look. Ich habe unser Power-Büro, in dem gibt es keinen einzigen Schrank. Wir haben die Büros, wir haben noch so kleine Container. Das war's. Entschuldigung, also die Tische, Container, fertig. Clean. Du kommst dorthin und du bist frei und überall, wo du Müll rumsehen liest, rumstehen siehst oder rumliegen siehst, ist es immer in deinem Gehirn, löst das aus, oh, da liegt noch was, das muss ich noch erledigen, das blockiert dich und wenn es zu viel ist, ist es Katastrophe. Ja, wir meckern nicht. Wir meckern nicht, sondern, wenn wir nicht meckern, was machen wir stattdessen? Wir reichen Verbesserungsvorschläge ein. Auch hier nochmal ein Dank an Tempos, Jörg Knoblauch damals, Verbesserungsvorschlagsmanagement, habe ich eins zu eins von ihm übernommen und es hat diese Firma geholfen zu transformieren. Es ist wichtig und wenn ich neue Leute habe, sage ich denen direkt, du bist neu hier, in den ersten zwei Monaten hast du noch keine Betriebsbrille auf, bitte alles, was du siehst, was dir komisch vorkommt, sage es, frage mich, damit wir uns prüfen können, haben wir noch Verbesserungspotenzial, das wir selber nicht gesehen haben. Wir schonen Ressourcen und optimieren, um den Ertrag zu steigern. Ich habe hier dann, als ich dieses C-Mitarbeiter-Büro irgendwann aufgelöst habe, noch den ganzen Schrank ist noch voll, von Sachen, die wir gekauft haben, die wir doppelt, dreifach, vierfach, fünffach hier haben. Das sind Schraubendreher-Sets und also wirklich, ich habe mich an den Kopf gepackt. Und du fragst dich, warum muss das sein? Was geht in jemandem vor, damit so etwas passiert? Aber ja, so ist das halt. Wir sind stolz auf unsere Kollegen, Arbeit, die Leistung und die Firma. Was heißt denn stolz? Wenn ich im Einkauf arbeite und ich bin stolz auf meinen Vertriebler, weil die am Ende die Produkte an den Mann bringen, dann kommuniziere ich mit ihnen und sage, hey, wie kann ich euch dabei unterstützen, damit ihr noch besser verkauft. Ihr macht es so krass. Und ich merke, hey, du hast jetzt das und das abverkauft in die USA. Wow, voll cool, dankeschön. Ich bestelle das gleich mal nach. Können wir noch irgendwas machen? Und dieser Respekt und der Stolz führt am Ende zu einer so guten Positivität zwischen den Abteilungen und einem guten Umgang miteinander, dass ich einfach sagen muss, das kann man als Chef nicht erzwingen, sondern ich kann nur die Rahmenbedingungen schaffen und diese Philosophie hilft dabei. Am Ende sind es die Mitarbeiter, die all diese Schritte in der praktischen Arbeitsweise umsetzen und ihr miteinander gestalten, zum Guten oder zum Schlechten und hoffentlich zum Guten. In dem Sinne also, wir sind gleich am Ende. Es gibt noch zwei Punkte zum Schluss und dann hast du das Herz von Aquatuning soweit schon verstanden und ich freue mich auch auf dein Feedback. Was macht das mit dir? Hast du vielleicht auch einen Arbeitgeber, der so eine gute, aus meiner Sicht, so eine Firmenkultur hat? Was sind deine Erlebnisse am Arbeitsplatz? Ich möchte mit dir auch in Interaktion treten, gerne in den Kommentaren und würde mich freuen, hier auch ein Like von dir zu kriegen oder ein Follow-up, damit neueste Videos immer wieder bei dir auch landen. In dem Sinne, gehen wir gleich einen Schritt weiter. go! không es geht nicht la